Können Sie uns bitte sagen, wie Sie gelernt haben, wissenschaftlich zu schreiben? Das war bei mir in vielerlei Hinsicht ein Learning by Doing, wenn ich das so sagen kann. Ich hatte das große Glück, im Laufe meines Studiums verschiedene Proseminare besuchen zu dürfen, bei unterschiedlichsten Professoren, unterschiedlichsten Zugänge kennenzulernen. Und ich habe das Gefühl, ich habe im Laufe der Zeit gelernt, wissenschaftlich zu arbeiten bzw. darin besser zu werden. Und ein weiterer wirklich fundamentaler Schritt war für mich die vorwissenschaftliche Arbeit. Genau. Also da bin ich zum ersten Mal wirklich in Berührung gekommen mit dem Verfassen eines längeren Textes, mit einer Gliederung wie in Form von einem Inhaltsverzeichnis beispielsweise oder einer Quellenrecherche. Das waren für mich meine ersten Schritte. Wissenschaftlich schreiben zu lernen ist auf jeden Fall ein längerer Prozess. Und obwohl ich jetzt schon im Master bin, lerne ich eigentlich immer noch. Und ich würde auch sagen, den ganzen Bachelor über habe ich mich so schrittweise herangetastet an das wissenschaftliche Arbeiten. Genau. Dementsprechend ist es wirklich etwas, was man üben muss einfach. Und Übung macht wie immer die Meisterin. Dementsprechend ist der Bachelor auch dafür da, das zu üben. Ich habe gelernt, wissenschaftlich zu schreiben bei Doing. Also einfach über, ich glaube, über die ersten Pro-Seminar-Arbeiten. Bei der allerersten ist es mir noch relativ schwierig gefallen, auch gerade in der Argumentation, dass eben alles, also dass eben nicht der Standpunkt mein, also man darf ja ich sagen und man kann auch sagen, ich, also aufgrund dieser und dieser Argumentation sehe ich meine These, Theorie, Fragestellung bewiesen, bla bla bla, was auch immer. Aber am Anfang ist man schon noch sehr versucht, oder ich war es auf jeden Fall beim wissenschaftlichen Arbeiten, quasi von, von Gefühl oder ich glaube oder ich sehe und habe ganz vergessen oder habe mich immer wieder daran erinnern müssen, beziehungsweise meine Professoren haben mich daran erinnert, dass quasi die Theorie das auch decken soll. Meine erste Konfrontation mit wissenschaftlichen Arbeiten war die Fachbereichsarbeit, die ich im Laufe der achten Klasse in der Schule geschrieben habe. Und danach war sehr lange überhaupt keine Gelegenheit, da wissenschaftlich zu arbeiten. Ich habe nur Laborprotokolle verfasst im Rahmen des Physikstudiums. Natürlich ist das auch eine wissenschaftliche Textsorte, aber es geht einfach nicht sehr viel Kreativität in das rein. Man hat eben ein sehr starres Schema und in das muss man lernen, die entsprechenden Begriffe und Ergebnisse reinzugießen. Und das ist, ja, also dabei würde ich behaupten, lernt man nicht wahnsinnig viel. Natürlich kann man auch da schauen, dass man eine sehr straffe Struktur findet und einen guten Arbeitsprozess findet. Aber die erste richtige Konfrontation mit dem wissenschaftlichen Arbeiten war sicherlich die Bachelorarbeit, wobei da nochmal ein sehr großer Unterschied zur Masterarbeit vorliegt. Also ich war dann schon wieder vor einer neuen Herausforderung, als ich zur Masterarbeit gekommen bin. Zu beantworten, wie ich gelernt habe, wissenschaftlich zu schreiben, ist eigentlich sehr schwierig, weil das ist etwas, was ich immer noch lerne. Also jede Arbeit, die ich schreibe, aufs Neue ist irgendwie eine Gelegenheit, seinen Schreibstil zu verbessern. Ich glaube, ich persönlich bin halt ein bisschen ein schlechtes Beispiel für Leute, denen das schwierig fällt, weil mir das immer schon sehr leicht gefallen ist. Ich komme irgendwie aus einer Familie, die man irgendwie dem Bildungsbürgertum zurechnen würde. Also ich habe irgendwie schon als Kind sehr gut schreiben können. Ich habe das auch in der Schule schon leicht gefallen, was eigentlich eher dazu geführt hat, dass ich einen sehr typisch österreichisch komplizierten Schreibstil entwickelt habe und viel zu gerne lange Schachtelsätze produziere. Also ich kann auch sehr gut Sätze konstruieren, die ganze Seiten füllen. Was anscheinend eher auch ein deutschsprachiges Problem ist, dass wir tendieren eigentlich zu einem sehr schlechten wissenschaftlichen Schreibstil, was dazu führt, dass ich eigentlich alle meine Arbeiten einmal verfasse und dann drübergehe und so einen Satz nehme und in fünf kleine Sätze aufteile im Nachhinein, weil ich dann erst halt beim Schreiben halt diesen komplizierten Schachtelsatz formulieren möchte, weil er halt so in meinem Kopf drinnen steht. Aber das halt einfach irgendwie nicht nicht angenehm zu lesen ist für Leute, die nicht ich sind. Und dementsprechend ist das, was ich mir jetzt immer mehr angewöhne, wirklich jeden Satz, den ich formuliert habe, nochmal zu überlegen, so ist das wirklich, muss das jetzt wirklich so kompliziert gesagt werden, kann ich das nicht auch in mehrere Sätze aufteilen. Also da ist dann auch eben sehr hilfreich, die Unterstützungen, die irgendwie die Uni, das Institut, die Fakultät einem gibt, in Anspruch zu nehmen. Und nur weil man halt einmal irgendwie, weiß ich nicht, ein Schreibseminar besucht, heißt das nicht, dass man nicht im nächsten Jahr wieder ein Schreibseminar besucht haben kann, also besuchen kann, weil das ist etwas, was man eigentlich am besten übt, übt und übt und nicht irgendwie, was auch sehr schnell irgendwie wieder verloren geht, wenn man es nicht regelmäßig übt. Also da würde ich eher schauen, dass man da jetzt nicht glaubt, dass man es irgendwann einmal kann oder so, weil man kann sich immer verbessern. Learning by doing. Also meine erste wissenschaftliche Arbeit war halt dann doch die Bachelorarbeit, weil eben davor haben wir wenig wissenschaftliche Texte verwendet im Studium selber. Und das war mehr so ein, okay, ich lese einen Text, schaue mir ab, was die so machen und versuche das halt auf meine eigene Art und Weise nachzuahmen, was die da halt, also die Sprache, die sie verwenden und den Aufbau und Satzkonstruktionen. Können Sie uns sagen, welche Empfehlungen Sie Kolleginnen geben würden, die die erste schriftliche Arbeit vorbereiten? Ich glaube, die wichtigste Empfehlung ist einfach, sich daran zu orientieren, was die Lehrveranstaltungsleiterinnen und Leute dir sagen und genau die Vorgaben zu lesen und sich auch nicht stressen zu lassen, sondern möglichst strukturiert und geplant vorzugehen, mal die ganzen Texte zu lesen, zu markieren, was wichtig ist und alles zusammenzutragen. Und dann kann eigentlich gar nicht mehr so viel schiefgehen, wenn man wirklich, ich habe am Anfang auch nie geglaubt, wie mir gesagt worden ist, bitte leg dir einen Plan zurecht. Und ich habe mir gedacht, ich schreibe einfach mal drauf los. Aber das funktioniert im Endeffekt eigentlich nie und macht mehr Arbeit, als wenn man wirklich strukturiert, sich am Plan zurechtlegt. Wer gerade seine erste Arbeit schreibt, da kann ich eigentlich nur, ich würde mal drauf los schreiben, aber eben, wie bereits davor erwähnt, wirklich immer ganz sauber arbeiten. Jedes Zitat, egal was man sich aus irgendwelchen Büchern rausnotiert. Das ist aber auch mein persönlicher Schreibprozess. Ich schreibe immer alles gleich quasi in das Dokument, was bereits meine Arbeit ist. Ich habe keine Seitendokumente mit Notizen oder so und schreibe einfach alles, was ich mir notiere, was ich mir denke, was ich von anderen Quellen finde, direkt in dieses Dokument rein, als würde ich es bereits für diese Arbeit verwenden, auch wenn es dann später gelöscht wird. Aber dadurch kommt eben erstens schnell ein gewisser Textkörper zusammen und man hat einfach dann alles direkt zur Verwendung beisammen und muss eben im Nachhinein nicht noch irgendetwas schauen. War das jetzt ein Zitat? Ist das meine Meinung? Wer hat das gesagt? Auf welcher Seite steht das? Also auch wenn es am Anfang ein bisschen mühsam ist, man kommt dann auch sehr schnell hinein, wenn man sich gleich alles zu Beginn anschaut. Eben auch im Nachhinein versuchen, sich zu überlegen, war das jetzt ein Magazin? War das ein Buch? War das ein Herausgeber? Und das alles nachschauen oder sich vielleicht am Ende das Buch wieder aus der Bibliothek auszuleihen und dann ist es nicht vorhanden. Ist so mühsam, kostet einen wirklich viel Zeit. Da kann ich nur empfehlen, dass man sich von Beginn an alles gleich richtig in das Arbeitsdokument niederschreibt. Also zuallererst würde ich sagen, es ist wichtig, sich aktiv die Frage zu stellen, welches Thema interessiert mich. Es ist ganz normal, dass einen nicht jedes Thema interessieren wird, nicht jede Einheit in einem Seminar, vielleicht sogar nicht jedes Seminar. Aber man wird im Normalfall immer zumindest einen Teilaspekt finden, der einen interessiert und dass man sich an diesem festhält. Und was für mich persönlich immer sehr geholfen hat, ist die Strukturierung beziehungsweise die Planung der Arbeit. Also das ist eine Sache, die mir ungemein geholfen hat, Mindmaps zu erstellen, ungefähre Gliederungen, einfach zu wissen, wo man rangeht. Und ein dritter Tipp, den ich geben möchte, der erste Entwurf ist immer nur ein Erstentwurf. Also schauen, dass irgendetwas dasteht und man kann immer überarbeiten und sollte das auch tun. Die erste Arbeit zu schreiben ist mir eigentlich relativ einfach gefallen. Also meine Erfahrung ist, dass es eigentlich mit der Zeit immer schwieriger wird, weil also zumindest ich war sehr interessiert an dem Studium, das ich begonnen habe und habe dementsprechend auch eigentlich fast so viel Selbstbewusstsein gehabt. Ich habe mir gedacht so, ja, das ist irgendwie das Thema, das mich interessiert. Ich kenne mich da so gut aus und ich habe da jetzt ein ganzes Semester lang ein Seminar besucht. Und das ist vielleicht eigentlich das, was man am Anfang am meisten vielleicht falsch macht, aber irgendwo gehört es dazu, man muss es lernen, dass man ein bisschen bescheidener an die ersten Schreibarbeiten herangeht. Also man gleichzeitig sich nicht irgendwie zu viel Sorgen macht. Die Professoren und Lektoren und Seminarleiter und Leiterinnen sind ja auch nur Menschen, die sollten eigentlich wissen, wie es ist, wenn man die erste Arbeit schreibt, dass das halt dann noch ein bisschen unsauber sein kann. Also dass man halt einfach noch nicht so viel weiß. Ich glaube, der wichtigste Tipp ist, dass man es einfach mal macht und ausprobiert und sich da jetzt nicht zu große Sorgen macht, dass es schief geht. Weil wenn es schief geht, wird man schon darauf hingewiesen werden und dann wird man es beim nächsten Mal hoffentlich besser machen. Also meine Erfahrung ist, dass es gerade am Anfang eigentlich einem eh gar nicht so schwer fällt. Also wenn man sich eben nicht irgendwie zu viel Sorgen macht, dass das jetzt irgendwie kompliziert ist, dass man da jetzt irgendwie großartig eine wissenschaftliche Arbeit produzieren muss, weil das ist es ja nicht. Das ist eine Übung. Wir üben das wissenschaftliche Arbeiten im Bachelor. Es sind keine wissenschaftlichen Arbeiten noch. Und das muss man sich immer vor Augen halten. Also wenn man sich nicht mehr 앞 Thürmer schreibt, wird, dass man sich immer wieder da das ganze Arbeiten vor Ort ansehen. Also wenn man sich einfach öffnet es